Stirb doch! Ah, ist unsere! Achso! Stirb! Scheiß Fliege! Achso, ist unsere! Aua! Das hat mir fast nicht weh! Hui! Pin! Das lag dauernd! Ne, die probiert... Ach, da unten steht's jetzt! Okay, was macht die? Explosive... Dire... Oh! Gut! Warum nicht? Explosive Diarrhea hab ich auch öfters! Nicht schon wieder! Alter, einmal reicht doch echt! Die sind voll eklig, die Dinger! Hallo, sterb! Nicht, nein! Ne, geht doch! Ja, genau, der Schlüssel tut natürlich auf der Angegängnis... Ich, 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 ich kriege gleich! Der, der will ein halbes Herz! Hat der mir dafür jetzt was gegeben? Nochmal probieren! Ich gebe mir mal rein! Halbes! Uh, was bist du denn? Puperty! Trink mir jetzt genau was? Das gibt mir Geld für... Dann gehen wir beide Geld dafür! Der will Schlüssel haben! Der will Geld haben! Hallo? Ja gut, der hat mir irgendwie jetzt nicht für wirklich... Ja, aber anderthalb Herzen verschwendet, haben dafür Puperty bekommen, was uns das jetzt bringt... Kann er endlich nicht sagen! Alter, bin ich durchgekommen! Wie hab ich das gemacht? Sehr schön, okay! Aber da bin ich nicht durchgekommen! Hast du mit dem kaputt? Hä, wie hat das... Ey, das hätte mich hier nicht treffen sollen! Das hab ich gesehen! Ja! Ist die einer? Genau, hab ich gesehen! Wow! Stirb! Bin ich zu nah dran? Ah, ich bin zu nah dran! Okay, wenn ich zu nah dran bin, dann passiert da nichts mehr! Sehr schön! Bekommen wir was? Natürlich nicht! Goldene Scheiße! Toll! Was, Bronte? Ja, na klar! Ihr wollt mich doch genau! Ja, 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 ja! Genau! Hallo? Spawn was? Hallo? Goldene Scheiße! Das ist doch voll die Verarsche! Da drüben liegt das mal 5 Milliarden! Da drüben liegt das noch nicht! Schießt der nicht auch irgendwie der Große? Ich dachte, der schießt auch, aber irgendwie nicht! Ein Soulheart! Juhu! Und da war noch was! Mal gucken, was hier ist! Und da kommt ein Herz wieder! Wir haben kein Geld! Scheiße! Alles verballert da unten! Äh, das ist jetzt jetzt uncool! HERRJ Okaaaaay! Gut! Das ging schnell. Dasfahren wir hiernoch? was haben wir denn da i can see forever ich glaube die pille ermöglicht uns jeden raum zu sehen der existiert bin mir nicht ganz sicher ich glaube die pille ermöglicht es auf der stage den raum zu sehen der existiert alle räume die existieren zu sehen kann ich aber nicht mit sicherheit sagen so meine ganze karte zerstören ist doch kacke ja alles so hallo manchmal die kacke nicht trifft da ist die kacke wahrscheinlich am dampfen deswegen trifft man nicht so gut ist es kann ich verstehen geld brauche ich ja schön wenn da noch zwei geld rauskommen würden aber ich glaube es ja weniger macht man sich die mühe das alles dein kleines dabei zu zerstören wenn man da nichts war nicht was sehr schön danke ich habe nichts gesagt die bespielen ich sehe geheimräume ach so ja das ist ja richtig geil so komm mal her ja ja du kannst nachher weinen erst sterben dann weinen ja 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 du hast ein trauriges leben du bist ganz armer kerl es tut mir wirklich leid für dich so und da unten aber auch noch zwei missgestaltete pupel selbst für pupel seid ihr hässlich jungs ja das wollte ich schon mal immer mal sagen ja 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 du bist der hässlichste pupel der jemals auf dieser welt existiert hat du bist ein ganz toller kerl so schliche ich schon mal einfach auf diese wir den hier. Two players for lost. Players. The hero fund. Meet strangers without pre- Geht das? Juhu, Schlüssel. Sehr schön. Dummer Apparat. Was? Ich mag den Apparat, der ist bloß, äh, hat sich gerade so ein bisschen... Okay, IconCVR. Mal gucken, was wir noch finden. Vielleicht findet man ja noch einen geheimen Raum. Sehr, sehr cool. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Ja, was war da hoch? Was haben wir hier oben? Auch keinen. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein Damage ab. Rocks can stand at Chase. Okay, das aktiven wir, glaube ich, mit Q. Wenn ich mich nicht... Ne, mit Q. Ne, mit Space aktiven wir mal das. Okay. Ja, das ist natürlich scheiße mit den ganzen Dingern, die da liegen. Was machen wir denn hier noch? Aha, okay. Ich weiß auch nicht, ob die IconC Forever Pille jetzt so für dieses eine Ding gewirkt hat, oder? Ah, hat sie anscheinend nicht. What the fuck? So viel. Das wird lustig jetzt, glaube ich. Sag mal hier. Touch Fusey, get Dicey. Liberty Cap. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Das weiß ich nämlich nicht. Ähm, Moment. Ähm, Liberty Cap. Not Found. Echt jetzt? Moment, ganz kurz. Items. Items. Liberty... 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 So. Müsst doch eigentlich funktionieren. Warum findet ihr das... Wieso findet ihr keine Liberty Cap? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich such's mal so. So ein Pilz, 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 Pilz... Das ist die Suchanimation. Ähm, Liberty Cap. Die Cap von El specjal. Ja, ich glaube, Liberty ourselves... Nej, Freedom is Freiheit. Liberty, gerecht? lippet ist auch so was die freiheit gewesen über die cap mit potty magic mushroom ist aber keine liberty cap es ist ja nach ach so das ist hier okay aber cdfg hjtl mn O L M L M N O P L L ouch lamp Delost lost contact Lidl 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 aber ich müsste doch die liberty cap drin sein Hallo ? Liberty Cap. Ja ist hier bestimmt anders. Ich bin Wette mit euch, die heißt ja anders, deswegen finde ich sie gerade nicht. Ich suche mal nach anders. Haha, witzig. Okay. Keine Ahnung, was Liberty Cap macht. Ich bin mir nicht sicher. Ein viel Damage wir drücken, ne? Ist auch krass. Okay. Wir können noch in zwei drei Räume rein. Mal schauen, was da passiert. Achso. Na nun? Warum ist der Eingang zu, jetzt? Ah, unsere Freunde hier. Kann ich eigentlich mal nur so testweise? Das war nicht geplant. Ah, es funktioniert. Hat mir gerade Bomben übrig. Der wollte, glaube ich, gerade was ausspucken, der eine Dings. Jawoll, wie geil. Gebehr? Kann ich auch die Dinger? Ah, das war nicht geplant. Oh, geil, 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 alter, natürlich, alter, wie geil. Das ist nicht geplant gewesen. Egal. Da krieg ich mein Herz wieder. So, da müssen wir mal ganz kurz schauen, wenn wir jetzt hier sind, müssen wir nach da oben. Jetzt haben wir ja neuen Gold, da kann man so ein bisschen was leisten. Da schauen wir, was wir bekommen. Wir haben ganz schön viel Habs jetzt gerade, gell? Oh, ich würde so gerne das Gold bekommen. Ne, hier haben wir auch mal drin. Das ist der Spitzhackenraum gewesen. Ich soll ich das mal ausprobieren. Das war nicht geplant. Okay, das war es natürlich halt mit der Spitzhacken schon. Nochmal geht bestimmt nicht. Wir könnten sie bestimmt wieder aufladen irgendwie. Deswegen ist sie noch da oben drin, aber ansonsten war es das wohl. Hätten wir uns für einen anderen Raumaufsuchen auffahren können. Was haben wir jetzt hier? Wir müssen jetzt zum Boss noch. Der Boss ist... Da drüben, glaube ich. Ich hätte so gerne Fliegen, Alter. Wenn wir jetzt Fliegen bekommen würden beim Boss noch, das wäre sehr schön. Hier hätte man es gebrauchen können. Hätte man einmal durchlaschen können, aber selbst das hätte nicht viel gebracht. Ne, das war nicht. Ach, da oben ist der Boss. Hier ist schon eine Bombe gerne eingesetzt, aber... Gurdia, der ist auch super schön, der Typ. Ja, ja, ja. Du hast mir die Läster kaputt gemacht. Jetzt können wir hier ein bisschen... Die Nester spawnen nämlich neue Fliegen, deswegen muss man die schnell kaputt machen. Da kommt das unten raus. Ja, ja, ja. Ich kenne die Taktik mittlerweile schon von dir. Jetzt kommt das zu seiner raus. Ja, ja. Also immer noch einmal die Taktik kennt. Das ist ja ziemlich einfach. La, 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 la. Aua, ah, okay. Das war ziemlich dumm von mir jetzt. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht genau, was sie machen, aber ich mache sie lieber kaputt, bevor sie was machen. Okay, da kommt noch einer. Lalalala. Hui, ausgewichen. War nicht geplant, aber geschafft. Ich glaube, wenn die Zähne kommen, machen die extra viel Damage, bin mir nicht sicher. Ja, ja, okay, gut, ja, doch. Jetzt bin ich mir... Ah, nein, Zahn verfehlt. Und da, stirbt da der Kleine hier. Evil, Range und Shot Speed. Ja, und ein Devil Deal. Nimm ich Damage Up, sehr schön. Kann man das eigentlich sprengen? Ich wollte es gerade machen, aber es geht leider gerade nicht. Ja, wir haben eine Menge Herzen und ja, wir können immer noch nicht fliegen. Na gut. Aber wir haben jetzt ein ziemlich Damage Ausput, das Output, das gefällt mir. Und da sind wir jetzt im fünften Raum. Ich habe einen Haufen Scheiße bekommen. Ja. Was? Haufen Scheiße ist doch toll. Warum wollte er sich nicht? Undankbares Kind. Da. Da. Ja, und was wir für ein Damage haben? Damage! Damage auf Doom! Damage auf Doom! Ist das Damage auf Doom? Ich weiß es nicht. Oh! Der Zahn macht Damage auf Doom, ja! Hat der gerade gepupst? Der hat gerade wirklich gepupst. Was für ein Arschloch. Der pupst Damage ins Gesicht. So. Oh! Ja, 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 ja. Ja, oh, alter. Die können schießen. Hör auf damit, das ist böse. Wir haben momentan leider keine Bomben, sonst würde ich ihn mal durchsprengen. Nein, der Zahn hat einfach gefüllt. Ach, der hat sich gepäht. Plupp. Wuh! Mach das nochmal, du kleiner Hoden-Scheißer, du. So. Bombe, die hebe ich mir noch auf, vielleicht wird man noch was cool aus. Was machen die denn? Oh. Die haben wir schnell kaputt. Ach so, das war der Zahn gerade. Und dann kriegen wir auch noch. Tadaa, und natürlich kommt die Münze da oben hin, naturellement. Warum sollt ihr auch nicht? So, was haben wir hier? Ein Herz brauchen wir nicht, was ist das da? Eine Pille? Äh, Lockdown, super. Das war das sinnlos verständlichste Geld, was ich hier gemacht habe, äh, in den drei Folgen, die drei Runden, die ich gemacht habe. Das ist sehr schön gefällt mir, das Spiel momentan. Nur auf, dass wir nicht in die Blutlacher des Gegners reinlaufen. Wir sind ein jugendlich produzierter Teenager, der ein Zeichen auf der Stirn hat, was irgendwie stark an Harry Potter erinnert. Oh, ist aber der da! May nothing stand before you! Ich glaube, wenn wir das aktivieren... Oh, was ist das denn? Stirbt alles vor uns! Au, das war blutig, Idiot! Oh, ist eine unsere? Aua, scheißteuer! Scheiß Blutlache! Das kann man so schlecht von seiner eigenen unterscheiden, wenn man selber eine hat. So, jetzt geht's an. Raum gecleared. Sehr schön. Da ist der Boss, den holen wir uns natürlich noch nicht. Wir machen erstmal nach hier oben. Damager! Blut auf dem Martyrer. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, was Puperty uns jetzt bringt. Ich glaube, da ist ein... Wir haben eh keine Bomben. Hier unten! Vielen Dank.